Ihr habt echt einen Schuss ab. Ihr habt einen Schuss ab, wegen der Waage. Der Mann kann nicht mehr, siehst du das, was ihr dem angetanen? Meine Fresse, fünf Wochen, wie diese Scheiße jetzt schon. Das ist mal eine LTV-Anfängerung. Ja, klar sind sie Corona-Begloppt. Man hat die Fresse einfach voll von dieser Scheiße hier. Ich sag mal, am Montag soll ja die Medien mit einer Maske laufen. Das kommt ja vier Wochen. Aber legen wir doch nicht das. Ey, alles wegen der Waage. Wir sind echt nicht ganz dicht. Wegen der einen Waage. Die Filialeiterin hat gerade zugegeben, dass ein Fehler macht, die Ansteller, dass er euch geholt hat. Ihr habt sich Filialeiterin, hat es gerade eben gesagt. Und dann passiert sowas. Ich glaube, dass ihr, ey, es sind die Letzten, die Letzten seid ihr eh. Echt, hoffentlich sieht man sich mal in Kreiswald. Aber privat, Kollege, ihr habt echt einen Schuss ab. Ihr habt einen Schuss ab, wegen der Waage. Letzter Wichser eh, echt. Der Mann kann nicht mehr, siehst du das? Was ihr dem angetanen? Was ihr am tiefen oder? Was ist denn? Ja, ich bin da vorne. Ich habe die Nummer hoch. Was ist denn? Wer ist das? Wir sind da vorne. Ich habe die Nummer hoch. Ich bin da vorne hoch. Es ist eine Musik. Die Filialleiterin hat gerade Bezug, dass die Angestellten Fehler macht, an euch Kohlen, dass sie jetzt nicht melden sollen. Also, hört mit dem Scheiß auf hier, ihr sind das Letzte seid ihr. Das Letzte Pack, echt. Wo soll das hinführen? Wo soll das hinführen? Wohin noch? Ja, klar sind sie Corona gekloppt, alles, ey, die werden alle, ey, das Letzte, das ist das Letzte, glaub mal, die Letzte. Also, ich war letzte Woche alleine, war ich im Park unterwegs, da wurde ich angehalten. 20 Meter weiter. Gehen sie doch mal weiter. Ne, wir gehen nicht weiter, du Kaschweil. Man hat die Fresse einfach voll von dieser Scheiße hier. Ich sag mal, ab Montag soll ja immer mit der Maske laufen, das kommt ja vier Wochen. Aber das legen wir doch nicht, das. Nein, der Händelmann. Nein, der Händelmann, kommt noch auf vier Wochen, die Maske waren, und das ist der Händelmann. Ja, bitte. Das haben wir aber nicht gemacht. Ja. Hat sie gefordert, das ist doch. Hat sie gefordert, das ist doch. Nein, du, ey. Ja, hat sie gefordert.